Gleich im Nachtjournal. Der Skandal um Vioxx. Experten befürchten auch bei uns viele Todesfälle. 340.000 Deutsche wurden mit dem lebensgefährlichen Schmerz- und Rheumamittel behandelt. Warum war das Mittel so lange zugelassen? Außerdem, deutsche Traditionsmarken in der Krise, wie Zehntausende bei Karstadt und Opel, um ihre Jobs kämpfen müssen. Und, Minzmanns harte Linie. Nach der roten Karte für Torwarttrainer Sepp Mayer werden jetzt auch die Spieler verwarnt. Das und mehr gleich im Nachtjournal. Sind Sie bereit? Wir würden gerne das Muttermal entfernen lassen. Mit sechs die erste Schönheits-OP. Die kleine Niki hat versucht, sich selber das Muttermal wegzuschneiden. So was darfst du nun wieder machen. Ich wollte für dich schön werden, Mama. Beauty Queen. Die neue Serie. Morgen 20.15 Uhr. RTL. Das neue Programm. Seid ihr Morat für die Bravo Supershow 2004? Hallo Berlin! Hallo Berlin! Hallo Ole! Hallo Susan! Die Chartparty aus Berlin. Präsentiert von Ole Tillmann und Susan Sideropoulos. Wir machen hier die Checkerei. Die Bravo Supershow 2004. Samstag, 16.40 Uhr. AmbiPur Flasch und das neue AmbiPur SeaWorld Minispray. Die harmonische Kombination von Duft und Dekoration. AmbiPur Flasch und jetzt neu AmbiPur Minispray. Kubas Stank. Mehr als nur ein Hit. The Reason. Das Album. Jetzt im Handel. Na, Wochenende vorbei und wieder nicht getraut, jemanden anzusprechen? Dann versuch's doch mal hier. Im SMS-Chat von RTL Text treffen sich täglich viele nette Leute. Einfach im Teletext auf Seite 670 entdecken, wer für dich in Frage kommt. Jetzt mit Fotos der Chatter per MMS. Einfach ausprobieren. RTL SMS Chat. Wir bringen euch zusammen. Jetzt im Spiegel. China, Geburt einer Weltmacht. Außerdem die Pseudo-Reform. Das neue Beamtenrecht schützt die Privilegien im öffentlichen Dienst. Und von der Konkurrenz abgehängt. Bei Opel und VW sind tausende von Jobs gefährdet. Spiegelleser wissen mehr. Sind Sie bereit? Are you ready? Am 19. und 21. Oktober ist Showtime. Die größten Musik-Highlights im ultimativen Chartshow Doppelpack. Oliver Geissen präsentiert die erfolgreichsten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten. In zwei großen Shows. Welcher Sänger und welche Sängerin ist ihre absolute Nummer 1? Das Original. Mal zwei. Mehr Stars. Mehr Highlights. Die ultimativen Chartshow. Die erfolgreichsten Sängerinnen am 19. Oktober. Und die erfolgreichsten Sänger am 21. Oktober 2015. Dieser Taste ist Bürgerpflicht. Der große Live-Test. Wie gut kennen Sie Deutschland? Harpel testet ihr Deutschlandwissen rund um ihr Zuhause. Und so kommen sie ihrer Bürgerpflicht nach. Scorecard besorgen. Jetzt in der aktuellen TV Movie. Test einschalten, live mitspielen, vor dem Fernseher oder unter www.rtl.de Der große Deutschlandtest am 22. Oktober. Die größten Events bei RTL.